So, machen wir Syrien umspielen, älter Skrall, ach ich bin ja bei der dämischen Brücke, muss mal gucken, hier auf der Harte, was ich als nächstes hin muss. Ach, da kommen sie schon an, mit kein Sport jetzt, sind sie schon gar nicht gut, da haben wir noch acht gesperrt, hab ich ja. Was muss ich jetzt machen, als nächstes findet die Ud Vardonien, Vardonien, ja auch immer das sein mag hier, einfach mal gucken, was sich dahinter versteckt, in dieser Persönlichkeit, diesen Namen, meine ich. Ach, hier war es schon, den hab ich schon ausgeführt dort, diesen Bandit. So, und, wo sind die Gesellen, noch so ein ganz... Ach, da hinten, vielleicht überhältst du hier den Blitz, ja, bumm, geht gleich los. Ah, jetzt hat mich hier das, da kannst du ja auch nicht mehr. Ja, aber, oder? Ja, da kann ich es mal zu melden. So, da sind ja schlecht gespeckt. Halt, aber viel, guck, nein, ja. Ich weiß, was du... Oh, ich kann immer viel schleppen. Ich bin schon wieder am Arsch. Ah, das ist schlecht besorgen, ja. Nicht normal. Ah. Wo haben wir denn was losgegangen, ja? Der ist von Zweck. Der ist eh ein bisschen, äh... Ist das zu laut, oder? Die Wissung hab ich ja schon. Gut. Ah, da muss ich nicht laut. Schau nichts. Ist ja theatralisch. Ah! Das ist jetzt nur noch gerade eine Gülle. Oh, es ist halt... Ah... Oh, klar. Oh, das... Ah, ja, nein, nein. Ich mach mal ein special Trick, ja. Ist ja los wie... Ist das denn, die muss ich nicht so gelagert? Oh! Oh, die ist so schön in der Fleißi gestellt. Ich krieg von dem Spiel gar nichts mehr mit. So, machen wir mal meine eigene Stimme. So, Gold. Na, was brauch ich nicht. Wer schießt irgendwie noch nicht mal. Solange nicht die Riesen zum Vorschein kommen, ist alles noch okay. Naja, oder wurscht. Machen wir weiter. So, mein Kompass, wie ist denn hier die Karte? Wie ist denn die tolle Hände jetzt? Ja, gut. Auf Karte zeigen? Auf Karte zeigen? Ach, das geht wohl gar nicht, oder was? Sprich mit Graubärten. Hab's ja auch schon gemacht, oder? Sprich mit Avent. Was soll ich denn alles machen? Hm. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hä? Wo? Wo ist denn mein Ziel? Oh, das ist ja ein verkackter Scheiß. Ich los doch nicht hin, nur das ist durch die Kante. Hä? Äh? Das ist doch der schöne Vorführeffekt, ne? Ja, so. So. Wird mal... Ja, wo ein Berg aufklettern. Vielleicht mal ganz anders hier jetzt. So. Scheiße, jetzt ja. Ja. Okay, ja da ist die Frage zu zeigen. Koche Sie mal. So. Äh. Genau, dort machen wir. Ganz schön viel dort zu Zeit. Nee. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, Lein, 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 Lein. Ach, jetzt noch was. Zumindest ne Spitzhacke. Ne, ne Schachtwäsche. Huch, da geht es ja noch runter. Achso, ne, das ist ja höher. Wo ging es denn da jetzt? Ach, hier noch schöne Kisten. Und Fetzen. Ach, hier könntest du noch basteln. Das habe ich schon nicht so richtig rausgefunden. Was ist, hab ich hier? Aha. Für blau, aber immer für blau, für blau, so. So, machen wir mal hier. Ey, ich will was gemischt, hab ich schon mal gerne. Und wenn es mal mein Essen ist und ich will mal generell zum Kochen, oder ob alles mögliche genommen. So, äh, hinzufügen. Hinzufügen oder wie denn? Ja, und dann mal herstellen, bis so was rauskommt. Oh, was hab ich schon entdeckt? Ach, schaffe Gift. Ach, ich will. Äh, was? Das hab ich schon wieder erfügt. Hm. Dicke Bastel. Erstmal mal so. Weiter mal das. Aha, fehlgeschlafen. Mach das noch. Das. Ey, mein Zeug ist weg. Hm. Ich weiß nicht, was ich jetzt gebastelt hab. Ich muss dann mal gucken mit meinem Vorrat. Ich drange jetzt aber. Gift, Gift, nur Gifte, ja. Ja, das brauch ich dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann. Das ist nämlich zu vergiften. Ja. Ich will die Bücher mitten hin. Ich lese zwar nicht gerne, aber... ...lesen ist lustig. Eine Trommel. Ist natürlich wegen der Trommel nimmer. Ist mir nimmer am Bewegen. Trommel hin, Trommel her. Ist immer eine Trommel. Oh, jetzt ist so ein scheiß Trommel. Bei Zutaten der Bücher. Sonstig ist bestimmt. Du brauchst grüner. Hier, Trommel weg damit. Trommel dir einen. Hälzer. Den würde ich mal hier lassen. So. Und jetzt noch paar andere Bücher. Die musst du noch mit. Oder dass ich Bibliothek lassen. Bei mir. So. Mit dem Schruz noch. So. Ah, ist noch eine Kiste. Jetzt geht das wohl. Mit der Löse. Mit der Löse. Na Gott. Na Gott. Oh, was ist denn das? Ah. Wo ist die? Oh, 40. Na ja, da hat er schon so. Ja, da. Endeffurt's für. Stiefel, Stiefel. Bin ich in Schuhladen. So was. So. Wer sich damit besser auskennt, dann weiß wahrscheinlich natürlich die Stiefel gut sind. Also ich weiß nur, wo gut ist. Wo gut ist. Wo gut ist. Titelchen. Natürlich. Das war Gold. Ja. Zaubertrank. Amelett. Gropf. Du glaubst was zu sagen. Wein. Ja. Geine. Rind bitte weg. Jetzt kann ich wieder nicht laufen. Ich hab entschieden zu viel. Die Pelze brauchst du auch bestimmt gar nicht. Da wird einer sagen. Ja, du brauchst das mal auf das Eintauschen und eben auch was. Und kann sich dann einschleihen bei jemandem. Was ist Schreibkunst verbessert? Ach, Schießkunst. Schön, wenn man mal lesen kann. Wird mal schlimmer. Das sind die Auswirkungen des 10 Stunden langen Spielens von Elder Scroll.